So, hier bei Candless, ähm, wir haben jetzt paar Glitches und so weiter, aber aus Gründen, ne? Die sind echt, genau. Ja, so kann ich sagen. Einmal Glitch, das heißt, du kennst einen Monster-Piecher. Und so zugehst, ist halt noch vorne. Und macht auch nichts. Und man sieht das aus wie immer. Und man kann schon auf die Glitch. Und man kann auch ins Haus reingehen. Nibor, herguck, da siehst du schon Null-Hack. Dauer, schon mal. Ja, jetzt sind wir noch ein Hausträger. Die sind immer Glitch, die ganz auf Roll-Hack. Das ist kein Hack. Das ist bei dir immer ein Hack. Das ist bei dir. Das sieht aus wie ein Wunder. Das ist wieder weg. Du siehst nicht. Aber wir machen das. Doch, aber bewegen sich gar nicht. Geile Logik. Keine komische Bewegung oder so. Gleich nochmal. Aber jetzt gehen wir mal hinten. Da ist das Keller-Monster. Da ist das Keller-Monster. Du kannst jetzt nicht durchlaufen. Boah! Ich bin tot. Junge, wenn es ein Kurbel drehen kommt, dann ist es fertig. Ey, das versuchen wir jetzt gleich. Das versuchen wir jetzt gleich mal. Kurbel drehen. Gleich ins Bett. Fuck! Fuck! So, nochmal gefallen. Gleich nochmal. So, auspacken. Oh, jetzt geht's! So, jetzt geht's! Was? 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 Oh, das ist... Was? 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 Wow! Wow! Woh! Woh! Die werden stecken. Woh! 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 Vielen Dank.